Liebe Patientinnen, lieber Patient, falls etwas geben sollte, was Sie nach dem Eingriff beunruhigt, stehen wir für Sie Tag und Nacht zur Verfügung. Sie erreichen uns über die Notfallnummer, welche Sie an diesem Zettel unten finden. Falls wir doch nicht sofort abheben sollten, wir setzen uns mit Ihnen so schnell wie möglich in Verbindung. Bis zum nächsten Mal.